hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal grenzlos reisen mein name ist robert ja und was passiert in nächster zeit auf meinem kanal der erste schwerpunkt ist jetzt die neue reise es geht nach marokko mit dem motorrad und ja ein ganzes monat wenn ihr ein abo alles wird keine folge versäumen weitere infos gibt es auch noch facebook auf tik tok und über meinen blog und ja es würde mich freuen wenn ihr mich auf dieser reise und weiteres begleiten würde jetzt also aber da lassen linke zugruise und ich hoffe wir sehen uns mal auf der straße tschüss